So, also ich muss sagen, es wäre schön, wenn der Frank nicht dabei wäre, aber speziell bei Ihnen, Sie sind ja am liebsten Hüster der Aktion Sorgen finden mit Ihrem Mann. Ja, ich weiß, es wird mitgezogen sozusagen. Also, ich bleib dabei, dein Moped ist unser King heute. Ja, total. Ganz besonders zu empfehlen, der Helmut ist hier Kamelurin. Das hilft ganz besonders gegen Magenverstimmung und wir nehmen uns jetzt erstmal ein Läschen. Das ist ein Läschen. Aber es ist ünisch. Und wenn du etwas möchtest, kannst du in Marika, Sahara, Afgan, aber wenn du etwas möchtest, ist es ünisch. Das ist ein Läschen. Das ist ein Läschen.